Wow! Sterzig-Shop.de Oh mein Gott! Sterzig-Shop.de Kommt vorbei und checkt den neuen Merch aus. Ich weiß nicht, warum wir hier sitzen, aber hier, das gibt's, das Grüne gibt's, das Beige gibt's und Falco gibt's gratis dazu. Erstmal herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich erkläre euch das Spiel. Retail Royale. Ein Better Royale, ein ausgelutschtes Spielprinzip. Es spielt in einem Ikea. Okay? Ihr startet auf der Map, alleine in einer Box. Müsst dann da raus und Loot finden. Das bedeutet, ihr könnt auf dem Boden zum Beispiel Müll durchsuchen. Da findet ihr so Materialien wie irgendwie hier so Metall, Holz und so weiter und so fort. Und ihr macht so Spinte auf, wo dann sowas drin sein kann wie eine Axt. Eine Klöß, eine Kloßkanone, ein Besen, eine kleine Machete und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr damit Leute umbringen. Ihr könnt auch Waffen finden und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr euch mal durchklicken, ich weiß gerade nicht, ob es oft tapfer und alt. Kann man was craften, sowas wie eine Rüstung, Bandages. Ihr könnt verschiedenste Kisten mit so Lichtern oben drauf auch aufmachen mit einem Dietrich. Es ist auf jeden Fall insane komplex. Ja, es gibt viel zu erledigen. Checkt es einfach aus an alle YouTube-Zuschauer da draußen. Mein ganzer Twitch-Chat ist hier gerade am Start. Ich gucke mal kurz, ob ich hier... Hier, da ist der Chat. Chat, sag mal alle Hallo. Mein ganzer Twitch-Chat ist hier in der Lobby und spielt mit. Ja, ähm, viele von denen haben es noch nie zum ersten Mal, also spielen es gerade zum ersten Mal. Aber das Spiel ist so fucking witzig. Ich habe es gestern tatsächlich gezockt in Steam Games. Ähm, ja, geil Leute. Ähm, ich habe es gestern gezockt in Steam Games. Und da war es echt extrem witzig. Deshalb gehen wir heute nochmal rein. Wir zocken es nochmal so ein Stündchen. Ich freue mich drauf. Abfahrt. Gestern hat es viel Spaß gemacht. Ähm, und heute versuchen wir dasselbe nochmal. Wir machen den Sound mal ein bisschen runter. So auf eine 6. So. Das ist der Startbildschirm. Ihr seht, man kann jetzt hier ein, ähm, ein Spawn aussuchen, wo man spawnen möchte. Das ist im Prinzip die Map. Ein völlig verwahrloster Ikea. Es kann ja nur gut werden. So. Gestern habe ich tatsächlich die ganze Zeit nur auf die Fresse bekommen. Deshalb wird es heute interessant. So. Geil. Ich habe eine Kiste. So. Zack. Was ist das? Ein Tracker. Das ist natürlich jetzt übel blöd. Aber, wenn wir vielleicht hier hinten reingehen. Geil. Geil. Ich habe Waffen gefunden. Das ist schon mal richtig geil, was ich hier gerade habe, Freunde. Oh, hi. Hi, hi, hi. Ach, das geht noch nicht. Scheiße, er ist abgehauen. Okay. Ich habe schon mal eine Waffe. Das ist schon mal gut. So, in diesen Spinden, äh, könnt ihr Blut finden. Wie ihr vielleicht schon merkt. Da gibt es dann Waffen drin und alles drum und dran. Dieser blöde Arsch. Dieser blöde, blöde Arsch. Aktiviert einfach diese eklige Zone hier. Der wird gebannt nächste Runde. Hier wird was aufgeknackt. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Let's fucking go Let's fucking go, Bro Da oben steht jemand Also Leute, für alle die, die gerade mitspielen Und meinen Stream gucken Auf Rechtsklick blockt ihr Und auf Q Könnt ihr das Blocken durchbrechen Auf Q schubst ihr Das sind die Basics Hier hinten ist alles auf, scheiße Hier ist wirklich alles auf Holy shit Einer fragt hier im Chat Warum immer brutale Killerspiele Was soll denn das jetzt Du blöde Sau da Ich hab hier vorhin eben einen gesehen Da oben Ich nehm das jetzt erstmal alles mit hier Schön, okay Da oben steht jemand Der kriegt von mir jetzt ehrenlos auf die Fresse Just kidding, er hier Komm, komm Let's fucking go Guck mal, hier oben steht jemand Der chillt da einfach nur Die blöde Sau Der gehört mir AFK gehört nicht zu mir AFK ist legit Das ist nicht meine Schuld Das Edge stimmt Okay, let's fucking go So Ich hab hier Meatballs Ah Das ist Ammo für die Meatball Launcher Ich verstehe Oh weia Das ist jetzt blöd für dich, Bro Okay Komm her Schatz Warte Okay Wir sammeln uns Komm her Also ihr müsst auch werfen Ihr werft übrigens an alle Leute Die gerade mitspielen Ihr werft mit Alt Die Mucke auch im Hintergrund Mit Alt könnt ihr euren Schlag aufladen Also das was Das gefällt mir nicht, dass die ja alle weglaufen Komm her jetzt Okay, wisst ihr was Ich mach erstmal mein eigenes Ding Guck mal, hier knackt jemand was auf hier oben Okay Oh mein Gott Moin Ich hab seine Waffe geklaut Okay, hier ist irgendwo ein AirDrop runtergekommen Was los Streusel Oh fuck Fuck Fuck, 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 fuck Jetzt haben wir ein Problem, hä Fuck 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 Okay Die Frage ist, ob er gestorben ist Okay, ich geh mal hier rein Da ist eine Kiste hinter Ich bin halt low as fuck Oh hier kann ich mich heilen God fucking bless God fucking bless Okay Ich werd die Waffe einmal weggeben Ich bezahl grad Unmengen Okay Äh, das kommt weg Ach, das bringt mir gar nichts mehr Dann kommt die Schaufel weg Schöne security vest Let's fucking go Okay, was fehlt mir jetzt hier unten Holz Nee Zack Jetzt fucking deal with it Okay Wir sind zurück Also nochmal um zusammenzufassen Dieses Spiel Auch an alle Zuschauenden da draußen Oh, Entschuldigung Handelt davon Dass ganz viele Personen Hier in diesem Ikea Quasi hingesetzt wurden Und wir müssen jetzt Ähm Den Tennisschläger mach ich mal hier rein Wir müssen die anderen umbringen Es ist im Prinzip ein Battle Royale In einem Ikea So dumm es klingt That is it Oh, hier vorne wurde auch was aktiviert Okay Zack Was ist das? EMP Device Okay Kann ich den hier rein machen? Okay Das Ding ist Ich kenn den nicht Und würde halt Deshalb Das ganze mal dodgen Oh, hier vorne ist jemand Ja, was, 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 was Hä? Was, Niklas? Was, Niklas? Hä? Was, Niklas? Wieso hauen dann immer alle gleich ab? Guck mal, ich hab einfach keine Range Niklas, Niklas, bleib stehen Ich mein's ernst Niklas Ja, renn da rein, Niklas Hab ihn Streusel, nicht du schon wieder Du warst gestern schon da Ja, das ist jetzt dein Problem Streusel Das jetzt Ja, okay, 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 okay Okay Das Spiel ist kostenlos auf Steam Retail Royale Ich sag's nur So viel Spaß Bekommt man nur hier Ich weiß nicht, okay, 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 okay Das ist okay Ich weiß nicht Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt blöd für dich, mein Schatz. Schön. Okay. Alles ist gut. Alles ist gut. Wir tryharen uns hier den Weg durch. Hä, wieso hier... Jetzt kommt die Box außerhalb des Spielfelds rein. Okay, wir knacken mal den hier auf. Vampire-Upgrade. Alter, das ist richtig gut, glaube ich. Okay. Ich glaube, ich gewinne. Ich glaube, ich gewinne. Vielleicht auch nicht. Oh. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Nein! Oh, I can finally go home! Wegen dieser sch... Wegen dieser scheiß... Granate, die gerade geworfen wurde, bin ich Zweiter geworden. Ich kacke. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Killt bei... Wer auch immer das ist. Müsst ihr wissen. Kann ich schon eine neue Runde machen? Nee. Okay, start mal ganz kurz Spiel neu. Mache ein neues Spiel auf. In der Zeit beantworte ich ein paar Twitch-Fragen. Leute, habt ihr Fragen zum Spiel? Jetzt die einmalige Möglichkeit. Habt ihr Fragen? Das Spiel ist sehr laut. Okay, dann stelle ich es ein bisschen leiser. So, warte. Mach das Spiel dich aggressiv überhaupt nicht. Teaming ist nicht erlaubt, nein. Aber es gibt so Situationen, wo es sich nicht lohnt, jemanden sterzigs Popo. Kommt rein. Gibt es Sniper? Nein. Kann man da was upgraden? Ja, ich bin aber auch noch nicht so ganz dahinter gekommen, wie es funktioniert. Was kostet das? Nichts ist kostenlos. Die Lobby ist jetzt offen. Ihr könnt reinjoinen. Okay. Ist einfach nur voll auf die Fresse. Man kann ein bisschen was upgraden. Ihr habt eben gesehen, ich hatte so eine Vampire-Mod auf dem einen. Aber das Spiel ist kostenlos. Ja, tatsächlich. Ich hatte eben so eine Vampire-Mod auf dem einen Ding, aber es hat nicht so geklappt. Das war ich. Ich habe eine zweite Ozon erschaffen. Okay, cool, Titan. Dann schäm dich dafür. Das war nicht nett. Das war nicht nett. Okay. Immer diese digitalen Tötungsszenarios hier. Ich freue mich drauf. So. Okay. Hier ist Recycling. Geil. Ach, das ist halt klasse, ne? Oh ja. Weg ist es, Kollege. Jetzt haben wir ein Problem miteinander. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ach, kacke. Schön. Das war's. Schön. GG. Get rekt. Entschuldigung. Okay. Okay, den Hammer würde ich fallen lassen. Hier unten wird einiges gemacht. Okay. That's freaking goal. Wow. ich glaube hier drin werden glaube ich dinge erledigt glaube ich ja hier ist schon jemand durchgelaufen hat gelootet okay ich mache die schaufel kaputt jetzt brauche ich holz 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 ich mache das sofa kaputt ein holz und zwei holz so jetzt kann ich zumindest eine rüstung machen kleine makeshift armor wie geht's ja niklas so sehen wir uns wieder schatz das bleibt stehen niklas niklas warum denn ich dachte ich dachte es wäre was besonderes zwischen uns niklas 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 lass es lass es niklas niklas bitte bitte bleibt stehen niklas bitte bleibt stehen niklas bitte nein niklas bitte niklas komm schon dass das führt doch zu nichts niklas niklas nein nicht dein scheiß ernst niklas das hast du nicht gemacht ich glaube niklas ist hier rechts ich sehe nichts ja niklas wir sehen uns noch wieder vertraue mir mein kind wir sehen uns wieder ja ne ich auch ein der macht jetzt die zone an scheiße niklas ist mir entkommen oh oh julius julius was ist gesch- oh julius der arme wollte sich gerade heilen ja so niklas niklas wo zum teufel bist du niklas 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 bitte ich dachte wir wären freunde niklas hm was ist denn los niklas Oh, hi. Ach, Paulin. Hä, Paulin? Was ist los? Was ist los, Paulin? Hä? Paulin! Was ist los, Paulin? So. Hi, Merle. Oh, das ist einfach wunderbar. Oh, I hate Swedish Woodwork. Oh. Oh, Gott. Wie schön. Okay. Ach, ich kann ihn noch nicht ausrüsten. Doch, jetzt. Puh! Okay, das war wunderbar. Ich bin, äh... Oh, wer ist denn da oben? Niklas! Ich frage mich, ob Niklas noch lebt. Jetzt bist du dran. Komm her, Niklas! Niklas, mit der Suppenkelle werde ich dich umbringen. Mit der scheiß Suppenkelle, Niklas! Wie komme ich denn an den Airdrop hier? Wie komme ich denn an den Airdrop? Ah! Oh! Oh! Niklas! Niklas! Wo bist du, Schatz? Niklas! Niklas, bist du das da hinten? Hä? Niklas! Niklas, wir sind doch Freunde! Niklas, bleib stehen! Ich... Ich werfe das Malenbett nach dir! Erdner! Oh! Erdner, bitte! Machst du uns nicht schwerer, als es ist! Erdner, komm schon! Erdner, nein! Nein, Erdner! Niklas, aber du weißt, ich warte gerade nur auf dich! Niklas! Niklas! Wo bist du, Niklas? Hä? Ich warte nur auf dich, Niklas! Hä? Niklas, mein Lieber! Wo bist denn du? Hä? Oh! Wer ist denn da? Hä? Wer ist denn hier? Niklas, bist du's? Mysterion! Mysterion! Oh! Oh, ja! Moin! Oh, wer bist du? Niklas, bist du's? Niklas, komm her! Niklas? Streusel! Verpiss dich mal! Niklas! Niklas! Niklas, komm her! Ich hab gesagt, ich töte dich mit der Suppenkelle! Heute ist dein Tag, Niklas! Heute ist dein Tag, Niklas! Ich werd dich töten! Mit der Suppenkelle, Niklas! Ja! Ja! Die Suppenkelle war reserviert, Niklas! Für dich! Oh! Nein! Komm her, Streusel. Komm her, Streusel. Oh! Streusel? Sehr schön, Streusel. Beuge dich dem Imperium! So. Wer ist als letztes, hä? Du. Du. Du blöde Sau. Komm her. Komm her jetzt hier. Wo bist du, hä? Hallo, du da. Aua. Aua. Da ist ja noch jemand. Wer bist denn du? Oh! Oh! Oh mein Gott. Okay. Hey, macht ihr das mal unter euch aus. Okay. Okay. Ey, ey, ey. Alles wieder gut. Okay. Ja, 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 sehr schön. Ja, 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 sehr schön. Da sitzt nicht euer Ernst, Mann. Ich war so gut. Ich war so gut. Och, und dann... Oh, nein. Handelt ihr die Runde von 1 bis 10. Ich hab schon hart dominiert, oder? Ich hab schon hart dominiert. Also, das war ja insane. Ich mach nochmal ne neue Lobby auf. An alle Zuschauer. Ihr könnt natürlich reinjoinen. Das gibt's doch nicht. So, äh, Sterzix Bette-Royal-Kanal. Ja, kommt da einfach rein. Oh! Niklas, bist du irgendwo im Chat? Niklas, bist du irgendwo? Ich seh keinen Niklas. Holy fuck. Ich seh keinen Niklas. Ist aber okay. Okay, joint ruhig rein. Bin hier. Baselmall anscheinend. So, Niklas. Du und ich. Du und ich, Niklas. Der arme Niklas. Ich stell dir mal vor. Weißt du, du joinst einfach entspannt im Stream. Und du wirst dann einfach vom Streamer die ganze Zeit gefocust. So, ich ring natürlich erstmal direkt in die Mitte. Da ist auch schon jemand. Ach, hier ist gar nix, ne? Scheiße. Okay, man muss drumherum suchen. Fuck, ich hoffe, Niklas sieht mich nicht. Ich hoffe wirklich, Niklas sieht mich nicht. Was soll ich denn da mit? Also ich mein, ja, fair enough, aber... Okay. Okay. Fucking hell, ne Bärenfalle? Jetzt darf ich da nur nicht selber reinrennen. Das ist das Wichtigste. Ey, immerhin habe ich jetzt so ein Ding. Keine Ahnung, was der da oben schon hat, alter. Das war mein Kill. Schlag doch. Schlag doch. Ja, komm. Ja, komm. Tuplex. Okay. Wir haben Tuplex. Wir haben Tuplex. Digger. Dieses Spiel ist so Hammer. Ich liebe dieses Spiel. Ich weiß nicht, woher es kommt. Geil, Brechstange. Okay. Ach, hier kann man recyceln. Perfekt. So, ich glaube, das können wir fallen lassen. Die Suppenkelle behalte ich mir wieder für Niklas. Scheiße. Okay. Da hinten ist der Airdrop. Den hole ich mir schnell. Oh, ne Red Rebel. Oh. Ne Red Rebel. Okay. Jetzt haben die hier überall diese Dinger aktiviert. Was soll denn das? Okay, ich hole mir hier ein bisschen Holz. So, zack. Vielleicht können wir uns schon was craften, Freunde. Was ist das? Vampire-Upgrade? So, zack. Alter, wir können uns so einen Tomahawk machen, Revolver. Komm, wir machen uns das Upgrade für die Waffe. Ich weiß nicht genau, was das Upgrade bringt, aber wir machen es jetzt einfach mal. Nancy! Was ist los? Niklas! So, Niklas, du kriegst jetzt Heftiges auf die Fresse. Wo ist Niklas? Ist das Niklas? Ja, Nancy, hast du dich erschrocken? Fuck! Ja, Niklas, ich hab ne krasse Waffe, hä? Ne, Niklas? Ne, Niklas? Ich bin so toxic. Ich bin so unfair. Guck her. Schnückel. Oh. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Oh, hier ist ja noch jemand. Ihr wollt beide auf die Fresse, hä? Oh, ja, let's fucking go. Oh. Ey, das muss nicht sein. Okay, ich sprinte... Fuck, ich hätte raussprinden sollen. Okay, ich bin draußen. Oh, oh, die sind gestorben. Ach du, Herr Jemine. Okay, der rennt hier rein. Ich hab so viel Kohle. Okay. Ich bin gleich wieder full AP. So, ah, ich hab Niklas mit der Suppenkelle nicht getötet. Ja, dann kann die ja auch wieder weg. Ohne Suppenkelle zählt's halt auch nicht irgendwie. Muss man einfach so sagen. Muss man einfach so sagen. Ach, wirklich, jetzt macht er da auch das Ding an. Ich weiß nicht, wer du bist da hinten. Aber du möchtest, dass ich draufgehe. Hab ich das Gefühl. Ich weiß auch gar nicht, was die... Was die Waffe... Was dieser... Dieses Vampire Update bringt, muss ich gestehen. Ich könnte es euch nicht sagen. Ist auch wieder ein Trashpile. Da kriegt man auch Sachen raus. Ich weiß nicht, wofür ich das Holz brauche. Ich nehm's aber einfach mal mit. Alter, ich... Ich werd gleich so zerreißen. Oh mein Gott, die haben gar keine Ahnung, wie ihn geschieht. Die haben gar keine Ahnung, wie ihn geschieht. Um Gottes Willen, die Armen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Um Gottes Willen, okay. So, ich hab jetzt auf jeden Fall einiges an Holz. Ich könnte mir noch so einen Lütten machen hier. Das mach ich mal schnell. Diesmal werde ich gewinnen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Oh, hi. Ich bin's. Ich bin's. Schnucke. Komm her. Komm her. Komm her. Oh, oh. 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 Oh, jetzt haben wir ein Problem, hm? Nein, das schaffst du nicht. Oh. Oh. Oh, hast du ein Glück. Ja. Okay. Oh, oh, oh. Was willst du denn jetzt da hinten, hm? Ach so. Du klickst wieder das Ding an. Das ist immer so deren letzter Ausweg, hm? Von den Noobs. Okay, hier hinten gibt es ja safe eine Heilstation, oder? Nee. Nein, hier auch? Och, das gibt's doch nicht. Ich hatte die Pistole die ganze Zeit. Ich hab' jetzt mal ein Problem, hm? Ich hab' ne Idee, Freunde. Ich hab' ne Idee. Ich hab' ne richtig dicke Idee. Okay. es ist einfach zu klasse schönes hackebeil es ist der hammer es tut mir leid ich habe irgendwie viel zu viel spaß aber ich sage euch das leben genießen muss man dafür brauche ich jetzt okay wir machen das ganze wir machen das ganze ruhe dahinten haben wir noch ein weiteres opfer okay okay wir machen das ganze ruhe ganz in ruhe okay ich hole mir jetzt mal ganz kurz meine stamina zurück sind wir wieder bei 100 gucken einmal an den himmel keine drops hallo na triffst du mich hallo wer bist denn du toady geil okay guck mal er da hinten ist noch jemand komm her komm her komm her wenn du dich traust alter da hinten sind zwei jetzt schießt er mit einer mit einer beschissenen nagelpistole hier vorbei hey entspannst du dich bitte er hat halt nicht viel muni uff okay der hat keine waffe mehr okay komm her und schon wieder wieso denn immer gegen warum ist das so laut bekommt 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 die person bekommt die person in dem die die diesen circle einsetzt bekommt die person damage durch die zone oder nicht frage ich mich bekommt die person die die das ding macht bekommt die damage ja aber das ist so beschissen weil egal was man zum schluss macht alle sind im arsch es ist kein kämpfen mehr es ist doch scheiße ich bin nur salty das ist halt okay ich bin halt dreimal unschlagbar weit gewesen ne meine neue runde heißt sterzix popel das wird jetzt die letzte heute sein oh warte sterzix sterzix popel man ey nein alles gut dann ey du hast du hast fair gewonnen gar kein stress oh man ey bis zum schluss habe ich immer so eine dominanz aber dann konnte ich eben kann man sich wenn man damage bekommt überhaupt noch heilen das frage ich mich alter jetzt sind 20 leute die mitmachen wollen so niklas diesmal hole ich dich mit einer suppenkelle diesmal hole ich dich mit einer suppenkelle letztes mal habe ich dich leider ohne suppenkelle geholt so niklas du kriegst jetzt von mir richtig auf die fresse niklas so niklas jetzt wird gezockt man sieht das licht immer so ein bisschen durch den boden irgendwie suppenkelle das ist ein zeichen das ist definitiv ein zeichen da könnte mir jetzt alles erzählen dass die suppenkelle jetzt aus der ersten kiste kam ist ein zeichen sorry niklas aber ich habe das gefühl heute soll es nicht sein für dich sorry nikki oh mein gott bestimmt nennen die leute gar nicht nikki oder seine eltern oder so und jetzt habe ich ihn auch nikki genannt oh das war ein guter jump wo kommt man denn da rauf nee du willst nicht sterben du willst nicht sterben paulina paulina warum denn jetzt hallo also wirklich paulina ja dachte ich mir es ist so ein fest es ist so ein fest und dann haben sie mal angst vor mir weißt du und dann haben sie mal angst vor mir weil sie wissen dass ich ein gamer bin ein richtig krasser gamer hat er gerade mit mir gesprochen die person hat gerade sterzig hallo zu mir gesagt hey das willst du nicht ja das willst du nicht nein wo bist du denn spring mal wenn du mich hören kannst henry henry nein warum sind jetzt alle gehn niklas 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 ja niklas nee niklas jetzt komm mal her mach einen ehrlichen feind äh feind niklas jetzt komm her wir kämpfen jetzt wir kämpfen jetzt niklas beginnen das wir da jetzt oder w j los da 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 daughter Niklas, komm zurück! Niklas! Das Ding ist, Niklas will hier abhauen. Nee, jetzt lass mich mal. Nein! Hör auf jetzt! Okay, ich zieh durch, ich zieh durch, ich zieh durch. Okay. Das Problem ist, die sind halt hinter mir. Glaube ich. Der will mich. Der will mich. Ey, nicht dein Scheißernst. Ich zieh durch. Wenn dir dein Leben lieb ist. Hau rein. Oh. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Komm her, gib mir deine Waffe. Das ist fucking geil. Das ist fucking geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Um Gottes Willen. Jetzt reicht es mir hier oben. Oh weia. Oh mein Gott. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr töten. Ich will nicht mehr töten. Ich kann das alles nicht mehr. Ich will nicht mehr töten. Bitte. Bitte, ich halte mir. Ich scheiß. Ich scheiß jetzt auf die Suppenkelle. Okay. Wir haben jetzt die Möglichkeit zweimal zu stunnen. Okay, kann ich noch was herstellen? Gerade nicht, ne? Okay, wir gucken nochmal nach Holz. Ich brauche nämlich, ähm... Oh mein Gott. Ich brauche nämlich, äh, hier... Wie nennt man das? Fucking hell. Rüstung. Okay. Aber ich kann es irgendwie nicht herstellen, ne? Okay. Ich hole mir ein bisschen Amor. Wie habe ich das überlebt? How? Meine Fresse. Ich höre hier links ganz, 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 ganz viele Steps. Dieses Bluten-Ding, was ich hier habe. Ich glaube, dann bekommen die anderen einen übelsten Debuff. Äh, bezüglich hier, Dings. Äh, ihre Stamina. Dann verlieren die die ganze Zeit. Geil. Nö, 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 nö. So nicht. Nee. Nein, vergiss es. Vergiss es. Ah, ich sehe dich wieder. Ich habe eine Bandage. Alles ist okay. Der hält sich auch. Irgendwer hält sich hier. Komm da runter jetzt. Hallo. Spielst du mal mit? Guck mal nach oben. Äh, ich spiele das Spiel nicht richtig und gewinne am Ende. Hau rein, Niklas, Digga. On the fucking fly, vernichte ich dich hier. Let's go. Guck mal nach oben. Äh, 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 äh. Oh, 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 fuck. Warum schlage ich den? Jetzt fucking go, scheiße. Hab ein. Oh, hallo, Kalle. Was spielst du da schönes? Retail Royale. Ist das ein echter Spieler? Ja. Oh, MG. Ich brauch den Kill. Ich brauch den Kill. Hab ihn. Oh, mein Gott. Äh, 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 äh. Oh, mein Gott. Der will abhauen. Der hat einen Stamina-Debuff. Kalle? Ich werfe dir mit der Box ab. Ja, du bist im Idea. Wie bei Tarkov. Heißt der so bei Tarkov? Ja. Okay. Okay, ich hol mein Stamina zurück. Was ist dein Knife wert? 2000. Spürst du? Nee. Mr. Lux. Ja, komm her, Mr. Lux. Lauf nicht. Lauf nicht, Mr. Lux. Mr. Lux, das bringt nichts. Das bringt nichts. Ist das einer aus der Community? Ja, ja. Alle. Nass. Geil. Was ich trinke. Er hat Proviant-Cola. Zuckerfrei. Aber die ist gefroren. Deswegen sind da so Eisstückchen drin. Deswegen hab ich mich grad gewundert. Oh mein Gott. Er hat voll den Speed-Buff auf seinem, auf seinem Dings. Sorry, Kalle. Ich bin gleich fertig. Ja, ich würd sonst nochmal pissen gehen. Ja, ja. Mach das gerne. Ja, ich lass mal meine Cola hier stehen, ja? Ja, ja, ja. Bitte, pass auf. Ja. Nicht umhauen. Darf ich sie trinken? Kannst du aber sprechen. Ja, bitte ruhig. Ich hab aber reingesprucht. Ja? Ja. Ich mag das. Bärenfalle! Gott, das ist kein Problem. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es gibt drei von euch, warum muss das so lange dauern? Jetzt gibt es nur zwei von euch! Keine Anfeuerung, die Corporate nicht mehr interessiert, wenn ihr beide sterben! Beastslasher Wie viele Kills hatte ich? Wie viele Kills hatte ich, Leute? Wie viele Kills hatte ich? Hä? Sag mal! Zwölf? Zwölf? Zehn? Ach, ist ja nur drei Viertel der Lobby! Ja, das soll's für heute gewesen sein für diese Aufnahme, Freunde, Retail Royale! Ich werd niemals Erster werden, könnt ihr vergessen, das war's! Ich kacke, Alter! Das gibt's doch nicht! Ja, egal, haut rein, abonniert, lasst ein Like da und wenn ihr mehr sehen wollt, sagt Bescheid! Tschüssi! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!